Hinweis der Administration. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Hinhaltetaktik von diesem Nutzer nicht weiter unterstützt wird. Es ist davon auszugehen, dass Sie kein wirkliches Interesse an der Entwicklung einer echten Verbindung haben und in die Kategorie Bencher fallen. Wir müssen Ihnen mitteilen, dass dieser Nutzer zukünftig nicht mehr als Ihr Unterhaltungsprogramm und oder zur Bestätigung Ihres Egos zur Verfügung steht. Wir raten Ihnen, Ihre inneren Themen zu bearbeiten, um sich Menschen mit liebevollen Absichten öffnen zu können. Hinweis der Administration. Wir teilen Ihnen mit, dass der Nutzer Ihren Antrag auf eine Freundschaft plus ablehnt. Ein solches Arrangement bietet aufgrund der ungerechten Verteilung von körperlichen und vor allem emotionalen Ressourcen für den Nutzer keinerlei Vorteil. Wir gehen zudem davon aus, dass Sie Ihre Suche nach weiteren PartnerInnen fortführen. Der Nutzer ist nicht bereit, Teil Ihrer Sammlung zu sein und als Abwechslung und Platzhalter zu dienen. Wir raten Ihnen, die Ursachen für Ihren vermeidenden Bindungstypen zu ergründen, um zukünftig von ausnutzendem Verhalten abzusehen und sich und Ihrem Umfeld erfüllende Beziehungen zu ermöglichen.